Servus, Alwin. Servus, Alwin. Oiga, der Hans kommt erst im September wieder, oder? Ja, ich brauche bloß ein paar Lautsprecherstecher, die können wir übers Internet auch bestellen. Also, der im September wird gemacht, der wieder auf, der ist zu haben, aber der muss keine Rückstände noch. Ja, ja, bloß war ja immer letztens in der Zeit, dass er Urlaub macht, bis September. Ja, er war schon weg zu sehen. Ja, ja, dann können Sie den Schock wieder bringen, ja, ich. Ja, ja. Ich soll nicht so viel mehr rumschauen, dass er nicht so gut ist. Ja, ja, ich bin schon ein paar Jahre alt. So hier und machen und dann nichts mehr hinbringen, das ist immer gut. Ja, ja, das muss immer lauter gehen, und immer weiter gehen, und immer stärker gehen. Und auf allen was Patschen gar nichts gehen mehr, ne? Ja, ja. Holger, bist du am Sonntag auch drauf auf der Morgenrunde, den kommenden? Ja, ich wollte mal mal all die Endstufen ausprobieren, da die kennen wohl die neuen 22er. ich weiß nicht, ob der überhaupt noch funktioniert. Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch funktioniert. Ja, kann man schon auch probieren. Ja, ich muss drücken, ich weiß nicht, also... Sollteไมch accidentieren. Ah, hattetischlinge? Das ist der Kugel, der Kugel, der Kugel, der Kugel, der Kugel. Der Kugel, der Kugel, der Kugel, der Kugel. Der Kugel, 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 der Kugel. Achtel nuevo intensiv. Es igual a aquel barracchino. Se si, sto peinando, Ji-no, questo è stato curato di più degli altri, eh? Questo è stato curato di più... ...e grafia di più, dai. No, dai. Ne abbiamo due in cabina. Uno va, perché sennò mi rimanevo il puto. Untertitelung des ZDF für funk, 2017